Herzlich Willkommen auf DORA, der Bavaria Sport 32 von CBC Schachter. Dieses Boot bietet Wohnraum für vier Erwachsene und gehört zu den beliebtesten Yachten der Schachterflotte. Der Grund dafür dürfte wohl in der äußerst komfortablen Volvo Pender Joystick Steuerung liegen. Damit werden selbst komplizierte Manöver zum Kinderspiel. Die Bavaria Sport 32 von CBC Schachter ist eine perfekt durchkonzipierte Motorjacht. Das beginnt schon am Heck mit einer erweiterten Badeplattform, die nahezu 80 Zentimeter an zusätzlichem Raum bringt. Badeleiter und Dusche sind selbstverständlich und wie bei den Boden der 29er Serie ist auch hier der Stauraum unter der hinteren Liegefläche goldeswert. An Deck finden wir neben der Liegefläche eine komfortable Sitzgruppe für vier Personen, das Cockpit und eine Pantry mit Arbeitsfläche, Kühlschrank und einem kleinen Waschbecken. Eine zusätzliche Liegefläche befindet sich am Bug der Yacht. Das Raumwunder offenbart sich auch unter Deck. Ein großzügiges Doppelbett, auf Wunsch mit einem Vorhang abtrennbar und eine bequeme Sitzgruppe mit Tisch. Das alles ohne Umbauarbeiten. Überall findet sich genügend Licht und Luft. Hier entsteht kein Gefühl der Enge. Die Pantry ist komplett ausgestattet. Gasherd, Mikrowelle, Spüle, Kühlschrank und genügend Geschirr und Besteck für vier Personen. Hier können Sie nach Herzenslust duschen. Die Yacht verfügt über einen erweiterten Süßwassertank mit insgesamt 250 Liter. Sowohl die geräumige Heckkabine, die für zwei Erwachsene konzipiert ist, als auch der Salon sind klimatisiert. Das Highlight der Yacht findet sich im geräumigen Cockpit. Mit der Joystick-Steuerung wird das Manövrieren selbst auf engstem Raum zum stressfreien Vergnügen. Drehung am Stand oder seitwärts verschieben. Sie steuern die beiden 260 PS Dieselmotoren mit den Fingerspitzen. Eine Yacht für einen Urlaub der Sonderklasse. Die Bavaria Sport 32 von CBC Charter. Du hast eine dijo Sie. Die Bavaria förlusten. Die Bavaria Boldin. Burnz-Stuck-Steuerung. . Vielen Dank.